Die meisten denken, dass das kleine Gehalt das einzige Problem ist, warum die Menschen nicht reich werden können. Heute beweise ich dir das Gegenteil. Es ist egal, was du im Monat hast. Wichtig ist, wie du mit dem Geld umgehst. Wenn du mit dem Geld nicht umgehen kannst, dann reichen dir auch keine 10.000 Euro im Monat. Danke, dass du eingeschaltet hast. Abonniere noch schnell den Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und ich zeige dir, wie du richtig mit dem Geld umgehst. Manchmal kaufen wir so viele Sachen ein, dass wir gar nicht wissen, was wir genau gekauft haben. Und wie das so ist, am Ende des Monats bleibt nichts mehr über und man fragt sich, wo ist das ganze Geld hin? Das verstehe ich nicht. Kennst du das? Genau aus diesem Grund habe ich dieses Video gemacht, wo ich dir 12 Sachen zeige, wo du vielleicht unbewusst viel Geld ausgibst. Wir haben überall Gebühren. Egal, ob wir irgendwas bezahlen, Geld abheben, Geld einzahlen. Wir zahlen fast immer Gebühren. Ob diese versteckt sind oder nicht, das ist was anderes. Aber meistens zahlen wir immer Gebühren. Wenn du beim Geld abheben immer wieder Gebühr zahlst, das summiert sich im Laufe des Jahres und das kann dich sehr, sehr viel Geld kosten. Deswegen achte beim Einzahlen und Abheben des Geldes immer darauf, wo du keine Gebühr zahlst. Wenn du zum Beispiel eine Rechnung nicht bezahlt hast, kommt eine Mahnung und meistens musst du dann noch eine Extragebühr zahlen. Achte darauf, dass du Rechnungen und Strafen sofort bezahlst. Das ist extrem wichtig. Wenn du zum Beispiel eine Strafe nicht sofort bezahlst, kannst du einen Eintrag kriegen und später bekommst du keinen Kredit, falls du eine Wohnung kaufen möchtest. Es wird alles getrackt und alles aufgeschrieben. Wenn du mehrmals eine Rechnung nicht bezahlst, wird das die Bank sehen und dir später vielleicht keinen Kredit mehr geben. Lerne auf jeden Fall alles und sofort zu bezahlen. Es kommt was, du bezahlst das sofort ohne Wenn und Aber. Dann musst du auch nicht die ganze Zeit an die Rechnung denken und so vermeidest du auch Verzugszinsen. Zudem baust du dir eine sehr gute Kreditwürdigkeit, welche dir später einiges ermöglichen kann. Die meisten von uns haben zu viele Abos. Egal ob das jetzt Fitness ist, Zeitschriften, Netflix, Musik oder andere Streamingdienste. Viele von uns haben extrem viele Abos und nutzen vielleicht nur die Hälfte. Überleg dir ganz genau, wo du überall monatlich bezahlst und ob du das wirklich brauchst. Wenn du dich weiterentwickelst, wirst du sowieso keine Zeit haben, um Netflix zu schauen. Also kündige einige Dienste und so kannst du schon mehrere hundert Euro im Jahr sparen. Wenn man selber zu Hause kocht, kann man extrem viel Geld sparen. Aber das weißt du ja auch bestimmt. Dazu gehört auch Kaffee. Viele von uns kaufen Kaffee to go, eine Tanke oder zusammen mit einem Brötchen. Wenn man das Geld zusammenzählt, dann sind das bestimmt über 1000 Euro im Jahr. Du kannst dir eine Kaffeemaschine für zu Hause kaufen und jeden Tag kostengünstig selber Kaffee kochen. Das schmeckt genauso gut und kostet auf die lange Zeit gesehen nur einen Bruchteil davon, was du sonst immer ausgibst. Genauso kannst du dir deine Brötchen selber schmieren. Ja, das kostet ein paar Minuten mehr, aber rechne mal zusammen, was so ein Kaffee plus Brötchen an der Tanke kosten. Das sind bestimmt 5 Euro pro Tag. Hört sich jetzt nach nicht so viel an, aber das Beispiel habe ich dir schon genannt. Wenn du nur, also 5 Euro pro Tag investierst, hast du nach 30 Jahren 150.000 Euro. Das heißt, dein Kaffee kostet dich in 30 Jahren 150.000 Euro. Bei der Summe kann man sich schon echt überlegen, ob man Kaffee selber kocht und das Brötchen selber schmiert. Dazu zählen auch Rauchen, Trinken und Fastfood. Das sind echt schlechte Gewohnheiten, die rauben Zeit, Geld und Energie. Dazu ist es noch alles ungesund und nicht gut für deinen Körper. Versuch auf die ganzen Sachen zu verzichten. So kannst du viel Geld sparen und dann machst du ja noch was Gutes für deinen Körper. Ich kenne so viele Menschen, die ein Fitness-Abo haben, aber gar nicht wissen, wann sie das letzte Mal beim Fitness waren. Also jetzt unabhängig von Corona. Wenn du das auch nicht weißt, dann solltest du vielleicht dein Abo kündigen. Das zieht dir unnötig Geld aus der Tasche. Wenn du Sport machen möchtest, kannst du zum Beispiel Radfahren, du kannst Schwimmen gehen, du kannst Joggen gehen. Ebenso kannst du dir bei YouTube Fitness-Videos anschauen und einfach zu Hause nachmachen. Viele von uns haben irgendwelche zusätzliche Kanäle gekauft und zahlen extra, damit man TV in HD schauen kann. Wenn du Internet hast, dann ist das eigentlich überflüssig. Mittlerweile kannst du alles über das Internet schauen und auch in sehr guter Qualität. Und wie gesagt, wenn du dich weiterentwickelst und merkst, dass genau das dich weiterbringt, dann hast du eh keinen Bock auf TV. Dafür hast du keine Zeit und willst das auch gar nicht. Wenn wir einkaufen gehen, dann sind wir dazu geneigt, viele Produkte einzukaufen. Es landet im Kühlschrank und eine Woche später im Müll. Wenn du Essen wegschmeißt, dann schmeißt du auch dein Geld weg. Wenn du einkaufen gehst, überleg dir ganz genau, was möchtest du in den nächsten Tagen kochen. Mach dir genaue Einkaufsliste und kaufe nur die Sachen, die du wirklich brauchst. Wenn dir bis hierhin das Video sehr gut gefallen hat, dann drück bitte den Like-Button und wir machen weiter. Für jedes Produkt gibt es eine günstigere Alternative. Egal ob das jetzt Lebensmittel sind, Shampoo oder Zubehör für die Haustiere. Du musst nicht immer das teuerste Produkt kaufen. Teuer heißt nicht automatisch, besser. Es gibt sehr viele Alternativen, die wirklich sehr gute Qualität haben und nur sehr wenig kosten. Wenn du eh nicht viel Geld hast, dann solltest du auf Markenklamotten verzichten. Bist du ein Showman? Willst du einfach nur Eindruck machen, dass du Geld hast? Oder warum kaufst du dir teure Klamotten für mehrere hundert Euro? Wenn du das Geld nicht hast, dann kauf dir lieber günstige Kleidung und investier das gesparte Geld in deine Zukunft. Die Einkaufsläden wissen ganz genau, was sie machen müssen, damit du spontan ein Produkt kaufst. Da sitzen wirklich schlaue Menschen und die geben alles dafür, dass du irgendein Produkt spontan kaufst. So sind zum Beispiel Schokolade, Kaugummis und kleinere Softgetränke immer an der Kasse. So kannst du schnell zugreifen und machst zusätzlichen Umsatz für den Laden. Wie viele kaufen sich eine Zeitschrift oder Bücher, lesen das nur einmal und dann legt das jahrelang im Regal oder landet im Papiermüll? Das ist schade und kostet echt zu viel Geld. Bevor du ein Buch kaufst, frag dich selber, ob du dieses Buch mindestens zweimal lesen möchtest. Wenn nicht, kannst du diese Bücher leihen oder die Bücher digital lesen. So kannst du Geld und Papier sparen. Den Tieren ist es meistens egal, ob das Spielzeug jetzt sehr teuer war oder selbst gebaut ist. Der Besitzer kauft sich die Sachen eher für sich selber. Dem Tier ist es komplett egal. Klar, das Tier sollte genug zum Spielen haben, aber übertreiben sollte man auch nicht. Zudem sind diese Spielzeuge extrem teuer. Du kannst versuchen, einfache Spielzeuge selber nachzubauen oder schau einfach in China, ob du das Gleiche für deutlich weniger bekommst. Wenn du noch mehr Ideen hast, wie man Geld im Alltag sparen kann, dann schreib deine Meinung in die Kommentare. Das wird mich sehr freuen. Ich will jetzt nicht sagen, dass du auf alles verzichten musst und extrem sparsam leben musst. Überdenke einfach deine Ausgaben und ob alles wirklich notwendig ist. Das gesparte Geld kannst du in deine Zukunft investieren und später extrem davon profitieren. Danke, dass du bis zum Ende geschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, like dieses Video, abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.